Josefa! Ich meine natürlich Senorita Cortejo. Welche Überraschung? Ich wollte Ihnen nur gratulieren. Kolonel. Wieso? Das war meine Idee. Marschall Barsen braucht nur noch zu unterschreiben. Eine weitere Zuwendung. Hm. Was haben Sie dafür bezahlt? Ich zahle nur in einer Währung. Und nur an Männer, die ich mag. Und wie sehr mögen Sie mich? Warten Sie mal, Kolonel. Ich danke Ihnen auf meine Weise. Kommen Sie. Das hier ist mein Königreich. Und das hier? Für meine Feinde. Zum Zeitvertreiben. Das wäre wundervoll für Sternau. Was würdest du sagen, wenn ich an dem Rad drehe? Wenn du einmal auf der Felsbank liegst. Wenn ich dich im Arm hätte, wäre es mir egal. Du weißt, rausspringen, wegrollen, liegen bleiben. Der Trick muss gelingen. Vielen Dank. Ich bin nicht derzeit. Oh, 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 oh. Ach, du hast einmal gesagt, wenn ich in Gefahr komme, soll ich mich an dich wenden. Es geht auch umgekehrt. Ich habe von Alfonso erfahren, dass du hängen sollst. Und schon bin ich hergeeilt. Jetzt sehe ich erst, dass deine Hände noch gefesselt sind. Da kann ich nicht widerstehen, ich muss es ausnutzen.